Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, das Gesundheitsministerium zu leiten, ist eine höchst anspruchsvolle Aufgabe. Und wenn ich mir anschaue, wie und mit welchen Themen sich der neue Minister in den letzten Wochen in die öffentliche Debatte eingebracht hat, dann habe ich sehr starke Zweifel, dass er für diese Aufgabe tatsächlich geeignet ist. Und liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, das meine ich überhaupt nicht fachlich. Ich glaube, niemand hier im Raum wird bezweifeln, dass Jens Spahn die Rechtsgrundlagen der Gesundheitspolitik gut kennt. Ich meine das mit Blick auf seine Haltung gegenüber einem großen Teil der Menschen, für deren Gesundheit, für deren gute Pflege wir uns einsetzen sollten. Norbert Blüm hat gestern eine harte Diagnose gestellt. Empathie und Herzlosigkeit zu Recht. Ein guter Gesundheitsminister muss sich in die Menschen hineinversetzen, wollen und auch können. Und das konnten wir in den letzten Wochen nicht erkennen. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wenn ich von einem großen Teil der Menschen spreche, die von uns zu Recht erwarten, dass wir eine gute Gesundheitspolitik machen, dann meine ich zum Beispiel auch die Frauen. An absurden Aussagen von Herrn Spahn zum Paragraf 219a herrscht ja leider kein Mangel. Aber ich will noch mal sagen, keine Frau trifft eine Entscheidung leichtfertig, wenn es um die Frage Schwangerschaftsabbruch geht. Und die Pille danach, die Pille danach ist auch kein Smarty, den Frauen einfach einwerfen, wie Herr Spahn suggeriert, sondern eine Notfallverhütung, für die es gute Gründe gibt. Und ich erwarte von einem Gesundheitsminister, dass er die Sorgen und Nöte von Frauen ernst nimmt und sich nicht plump auf ihrem Rücken profiliert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde es übrigens sehr gut, wenn man sich um schwangere Frauen sorgt. Und ich finde es auch sehr gut und wichtig, wenn man sich um die Geburtshilfe sorgt. Das hat ja auch durchaus etwas miteinander zu tun. Zur Frage Geburtshilfe und Hebammen finden wir im Koalitionsvertrag einen minimickrigen Satz. Und angesichts der schwierigen Situation vielerorts ist das eine herbe Enttäuschung. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wenn ich von einem großen Teil der Menschen spreche, die von uns eine gute Politik erwarten, dann meine nicht die Menschen, die pflegen und die gepflegt werden. Ich war in den letzten Wochen und Monaten auf vielen Veranstaltungen zu dem Thema, in Pflegeeinrichtungen, auch in Ausbildungsinstitutionen. Und ganz klar ist, der Pflegenotstand ist Realität. Wir sind mittendrin. Und jetzt gibt es ein klitzekleines Sofortprogramm. Und am Mittwoch hat die Kanzlerin gesagt, und Jens Spahn hat es heute auch noch mal gesagt, es ist ein erster Schritt. Klar, es ist ein erster Schritt. Aber in der dramatischen Situation, in der wir uns tatsächlich befinden, da erwarten die Menschen echte Verbesserungen und eben nicht einen ersten minikleinen Schritt. Wir Grüne haben Vorschläge gemacht für zwei Sofortprogramme in der Altenpflege und für die Krankenhäuser. Und das sind Sofortprogramme, die einen tatsächlichen Effekt hätten. Ich bin gespannt auf die parlamentarische und auch die öffentliche Auseinandersetzung dazu. Und es würde der Bundesregierung auch sehr gut anstehen, unseren Vorschlag aufzugreifen und die Pflege endlich mit in den Namen des Ministeriums aufzunehmen. Das wäre ein wichtiges Signal hinsichtlich der Bedeutung dieses Themas. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ein anderer, sehr großer Teil der Menschen, die von uns eine gute Gesundheitspolitik erwarten, das sind die gesetzlich Versicherten, die es leid sind, wochenlang auf einen Termin bei der Fachärztin zu warten, wohlwissend, dass mit einer privaten Versicherung schwuppdiwupp einen Termin zu haben wäre. Und da hilft nämlich ein Herumdoktern an den vermurksten Terminservicestellen nicht. Denn es geht, und das ist auch schon gesagt worden, um die strukturellen Unterschiede der Vergütung für Leistungen zwischen Kassen und Privatpatientinnen. Und es ist Zeit, es ist einfach an der Zeit, nicht nur die Symptome zu bekämpfen, sondern tatsächlich die Ursachen zu beseitigen. Und deshalb wird für uns die Bürgerversicherung auch in dieser Legislatur ein wichtiges Thema sein. Minister Spahn hat als eines seiner wichtigsten Themen die Frage der Digitalisierung genannt. Und natürlich werden wir auch da, werden wir den Minister an seinen Taten messen. Ein kleiner Rückblick kratzt aber schon sehr am neuen Selbstbild als digitaler Macher. Denn inzwischen 2009 und 2013 hat Herr Spahn als gesundheitspolitischer Sprecher seiner Fraktion zugelassen, dass die Digitalisierung im Gesundheitswesen komplett ausgebremst wurde. Nützliche Anwendungen wie beispielsweise das elektronische Rezept wurden gestoppt. Und noch 2016 wurde die Fernverschreibung verboten. All das passt überhaupt nicht zur Forderung nach mehr Telemedizin. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Abschließend. Minister Spahn hat 2016 etwas sehr Kluges gesagt, und zwar zum Umgang mit der AfD. Er hat gesagt, Populismus ist eine Droge. Die Dosis muss immer höher werden, die Forderungen immer abgetreten, damit es noch wirkt. Das kann nicht unser Weg sein. Und ich möchte sagen, beherzigen Sie das. Es ist nicht unsere Aufgabe, täglich um Schlagzeilen zu buhlen, sondern tatsächlich den Alltag der Bürgerinnen und Bürger besser zu machen. Wir sind dafür bereit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Georg Müssler für die CDU-CSU.